Hallo zusammen, heute habe ich meinen Lesemonat Februar für euch und wenn euch interessiert, welche Bücher ich gelesen habe und wie ich diese Bücher fand, dann macht es euch gemütlich und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe im Februar nur drei Bücher gelesen, also nur ist gut, es geht ja nicht nach Quantität. Das erste Buch, das ich gelesen habe, ist ein E-Book gewesen von Julie Clark, Der Tausch. Zwei Frauen, zwei Tickets und ein Ausweg. Hier lernen wir zuerst Claire kennen. Claire ist seit ca. 10 Jahren verheiratet, doch die Ehe mit ihrem Mann Rowie ist alles andere als harmonisch. Rowie entstammt einer Politikerfamilie und hegt eigene Ambitionen, politisch aktiver zu werden. Ja, wie gesagt, die Ehe der beiden ist alles andere als harmonisch und Claire hat schon öfters darüber nachgedacht, ihren Mann zu verlassen. Doch das gestaltet sich als sehr schwierig. Warum? Weshalb? Wieso? Das könnt ihr im Buch lesen. Und es kommt dazu, dass Claire an einen Flughafen kommt, denn sie soll im Auftrag ihres Ehemannes nach Puerto Rico fliegen, um dort halt, ja, die Wahlkampftrommeln zu rühren. Und sie lernt dort am Flughafen Eva kennen und die beiden Frauen kommen miteinander ins Gespräch und darüber hinaus entspinnt sich sozusagen die Idee für die beiden, die Flugtickets und auch ihre Identitäten zu tauschen. Sprich, Claire tritt statt dem Flug nach Puerto Rico den Inlandsflug von Eva an und Eva soll dafür dann eben nach Puerto Rico fliegen. Und die beiden setzen das auch tatsächlich in die Tat um und nachdem das Flugzeug von Claire gelandet ist, erfährt sie noch am Flughafen, dass ihr eigentlicher Flug, ja, sein Zielort nie erreicht hat, sondern abgestürzt ist und dass vermutlich alle Insassen dabei ums Leben gekommen sind. Ja, die Nachricht selbstverständlich schockt sie total. Sie tritt aber trotzdem die Heimfahrt an und zwar fährt sie nach Hause zu Eva und stellt dort aber auch schon kurze Zeit später fest, dass die Geschichte, die ihr Eva erzählt hat, scheinbar auch nicht so ganz stimmig gewesen ist. Ja, soviel zu der Ausgangssituation der Geschichte. Die Geschichte ist in zwei Perspektiven gegliedert. Zum einen wird sie aus der Sicht von Claire erzählt und Claires Perspektive spielt auch in der Gegenwart. Zum anderen kommt die Perspektive von Eva vor und ab einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte ist Evas Geschichte nur noch aus der Vergangenheit geschrieben. Also man erfährt ganz, ganz viel über Eva und ja, auch die eigentliche Geschichte, die eben dahinter steckt und es hat sich gut gelesen, es hat sich flüssig gelesen, aber es war an einigen Stellen auch recht spannend, aber mir hat irgendwo dieser Thriller-Effekt gefehlt. Ähm, das Buch wird nämlich als Thriller beschrieben, aber irgendwie hat es mich nicht ganz so sehr gepackt. Es hat mich nicht richtig gefesselt und es hat ja auch nicht so diese Spannungskurve gehabt, die ich zum Beispiel im Januar bei der Rabentochter eben hatte, der ja auch ein Thriller ist, genauer gesagt ein Psycho-Thriller. Das war hier in der Tausch eben nicht so. Ähm, ja, also ich kann nicht sagen, dass das Buch schlecht war. Das war es überhaupt nicht, aber es war auch nicht herausragend. Das war einfach mal okay. Genau. Ja, es war okay. Es gab eine Stelle im Buch, bei der ich wirklich das allererste Mal das Gefühl hatte, oh Gott, jetzt packt mich die Geschichte, diese Wendung, die, die habe ich gar nicht kommen sehen. Aber tatsächlich war das dann halt auch so, dass dieser, dieser eine Moment wirklich nur Sekunden angedauert hat und dann, ja, war diese Spannung irgendwo auch schon wieder weg. Genau. Soviel zu dem ersten Buch im Monat. Danach habe ich von Derrick Landy, Sky Dutchery Pleasant, Der Gentleman mit der Feuerhand gelesen. Dies ist der erste Band einer sehr langen Reihe. Ich glaube, zurzeit sind 13 Bände erschienen oder werden erscheinen, ich weiß das nicht genau. Auf jeden Fall ist Sky Dutchery eine Reihe, die, ja, sehr viele begeisterte Leserinnen und Leser hat. Sie wurde mir auch schon vorab ganz, ganz oft empfohlen. Hier geht es zum Teil auch um eine Kriminalgeschichte, aber eben auch mit magischen und fantastischen Einflüssen. Denn Sky Dutchery ist ein Detektiv ganz besonderer Natur. Er ist nämlich ein Skelett. Und, ja, zum Einstieg des Buches lernen wir Stephanie kennen. Und ich glaube, Stephanie ist so um die zwölf Jahre alt. Ihr Lieblingsonkel ist verstorben unter mysteriösen Umständen. Also jedenfalls geht es Stephanie so, dass sie eben an die bekanntgegebene Todesursache nicht ganz so glauben kann. Und auf der Testamentseröffnung lernt sie auch das allererste Mal Sky Dutchery kennen und fühlt sich von ihm sozusagen, ja, angezogen und findet ihn auch sehr merkwürdig. Und im späteren Verlauf der ersten Seite trifft sie dann eben nochmal auf ihn, als sie nämlich im Haus ihres Onkels von einem, ja, Mann angegriffen wird, der von ihr verlangt, dass sie etwas herausgibt, von dem sie gar keine Ahnung hat. Ist das Sky Dutchery, der sie rettet und sie dann quasi mehr unfreiwillig in seine Welt mit hineinzieht. Die Welt, in der es, ja, Magie gibt und in der es ein, ich muss mal ganz kurz gucken. Ja gut, das wird hier nicht erwähnt, deswegen werde ich das genau nicht sagen. Genau, also es ist, wie gesagt, mit dem ersten Band ein Kennenlernen der Welt von Sky Dutchery und es hat mir richtig Spaß gemacht, es zu lesen. Ich bin zwar nicht ganz so geflecht gewesen von dem Buch, das kann aber wahrscheinlich auch eher daran liegen, dass ich, ja, immer sehr müde gewesen bin, als ich es abends gelesen habe und, ja, ich habe das Gefühl, so die äußeren Einflüsse, die wirken sich dann eben auch auf meine Lesefreude aus. Und, ja, was mir hier sehr, sehr gut gefallen hat, ist die Kommunikation zwischen Sky Dutchery und Stephanie gewesen. Also die beiden haben so einen herrlich amüsanten und manchmal auch, ja, sehr speziellen Umgangston miteinander. Ich habe auch ganz, ganz oft vergessen, dass sie ja erst zwölf Jahre alt ist. Wie gesagt, ich mochte dieses World Building in dem Roman ganz gerne und ich bin total gespannt auf alles, was noch kommt, weil man lernt hier so erste Figuren kennen, von denen ich mir erhoffe, dass sie in den weiteren Bänden einfach noch mehr Raum bekommen, dass man sie noch besser kennenlernt und, ja, es war ein toller erster Band, der auf jeden Fall für mich Lust auf weitere Bände der Reihe gemacht hat. Zum Schluss gibt es von S.J. Bennett das Windsor-Komplott Die Queen ermittelt. Und, ähm, tatsächlich ist das so, dass es hier um die Queen Elizabeth II. geht, die eine heimliche Passion hat, denn sie löst für ihr Leben gerne Kriminalfälle. Und, ähm, nachdem sie eine Abendgesellschaft auf Schloss Windsor gegeben hat, wird am nächsten Tag ein Gast dieser Gesellschaft, ein junger russischer Pianist, tot aufgefunden. Und das ruft natürlich sofort den MI5 auf den Plan, den britischen Geheimdienst und auch die Queen selbst, äh, möchte natürlich wissen, warum dieser junge Mann, ähm, gestorben ist und stellt eigene Anmittlungen dazu an. Das, äh, gestaltet sich natürlich in Form der Queen nicht gerade als sehr einfach, denn sie kann ja nicht überall hingehen, wo sie gerne hin möchte. Deswegen hat sie ihre, ähm, Privatsekretärin, eine junge Frau namens Rosie, äh, mit ins Brotko erholt, die für sie dann, ja, Nachforschungen anstellt. Und ich habe mich super, super auf dieses Buch gefreut. Ich habe sehr viel von diesem Buch erwartet und, ja, wurde nicht ganz, äh, zufriedengestellt. Es hat, äh, Schwierigkeiten zwischen dem Buch und mir gegeben. Ich glaube, zum Teil lag das an dem Schreibstil. Also ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um hier reinzukommen. Äh, ich habe zum Teil die Queen begleitet. Ich habe zum Teil, äh, Rosie, äh, begleitet, die Sekretärin. Und, ähm, ja, ich kam nicht so in die Schilderungen der Queen rein. Also sie wird als sympathisch dargestellt und, äh, als liebe, nette ältere Dame, ähm, so wie sie von außen gerne gesehen wird. Aber sie ist auch unheimlich klug, äh, natürlich. Und, äh, ja, das, das fand ich schon ganz gut. Aber ich bin, wie gesagt, irgendwie hat's, ich kann das auch gar nicht so gut in Worte fassen. Ähm, es hat irgendwie, glaube ich, an den Schreibstil gelegen. Es gab immer so Nebensätze, die meiner Meinung nach eine bestimmte Betonung beim Lesen gebraucht hätten, um gut zu funktionieren. Das hat aber bei mir eben nicht so gut funktioniert. Ähm, ich habe eine Woche lang gebraucht, um ungefähr die ersten 100 Seiten zu lesen. Weil ich auch wirklich, sobald ich gelesen habe, nach 5 Seiten schon keine Lust mehr hatte. Und nach einer Woche habe ich dann gesagt, nee, also irgendwie möchte ich das Buch nicht ganz aufgeben. Und ich möchte irgendwie ja schon wissen, ähm, wer hinter dem Tod des, äh, jungen Mannes steckt. Und, äh, hab dann halt auf, und hab dann halt zum Hörbuch gegriffen. Das Hörbuch, ähm, ist in einer gekürzten Variante, ähm, verfügbar gewesen, wurde von Sandra Voss gesprochen. Und ich hab mit dem Hörbuch auch wieder von vorne angefangen. Und das war wie, wie, wie so ein Wandel. Also ich muss sagen, dass ich mit dem Hörbuch richtig gut klar kann. Dass hier das, was, ähm, Schreibstil mir Schwierigkeiten gemacht hat, beim Hörbuch richtig gut gewesen ist. Also die, die Queen kam mit ihrer Eigenart sehr gut rüber. Also, ähm, die Hörbuchsprecherin hat das super, super gemacht. Und plötzlich war ich drin in der Geschichte. Ich, äh, wollte dann wissen, wie es weitergeht. War hin und her gerissen zwischen, ich höre das jetzt als Hörbuch zu Ende. Oder ich lese es als Buch dann eben zu Ende. Ich hab dann tatsächlich, als ich mit dem Hörbuch an der Stelle angekommen bin, wo ich beim Buch stehen geblieben bin, hab ich, ja, versucht weiterzulesen. Hab dann aber auch wieder gemerkt, so, lesen, das klappt nicht. Da bin ich wieder draußen. Und hab das Buch quasi als Hörbuch beendet. Und muss sagen, wie gesagt, als Hörbuch hat das super gut funktioniert. Das hat mich total unterhalten. Ich bin ein heimlicher Fan von Prinz Philipp geworden. Ähm, ja, das war sehr amüsant. Und seine, ähm, die Dinge, die er dann so eingeworfen hat. Und, ähm, ja. Es ist ja der Auftakt einer Reihe. Und ich denke, wenn jetzt weitere Bände auf Deutsch übersetzt werden und sie auch im Hörbuchbereich, äh, weiter vertont werden, werde ich diese Reihe hier als Hörbuch weiterhören. Aber als Buch war das für mich nicht so schön. Leider. Ähm, ja, ich hatte sehr hohe Erwartungen. Aber das Buch wird demnächst auf jeden Fall bei mir ausziehen. Ja, und, äh, das war mein Hörbuchmonat. Ach, Quatsch. Das war mein, äh, Lesemonat Februar. Und, ähm, das war so ziemlich durchwachsen. Ich hatte jetzt nicht das perfekte Highlight gehabt. Ähm, jedenfalls nicht als Buch zum Lesen. Äh, sondern so doch, ja, zwei von drei Büchern, die eher so okay waren. Ja, so war halt mein Lesemonat. Wie war denn euer Februar? Hattet ihr tolle Bücher dabei? Hattet ihr Bücher dabei, wo ihr gesagt habt, ja, die, äh, kann man mal lesen. Muss man aber nicht unbedingt. Oder hattet ihr Bücher dabei gehabt, die ihr überhaupt nicht toll fandet? Schreibt mir das gerne in den Kommentaren. Und dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video etwas gefallen und wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss!